einen wunderschönen guten tag und ein herzliches willkommen auf der bandico mit dabei der matze hallo und der morsel ja gut also ich bin der schlumpf kommen aus schlumpfhausen und bin blau was ist jetzt warte mal wer ist dreckig also ist das hier der wender und dann ist der rote das war da war es nicht genug ja ne du hattest du letztes erst in die schwarze benutzt ja der kollege ist ein bisschen überpowert aber egal über port alles gut fährst du langsamer oder passt auch und ich versuche hier immer noch ein bisschen das krass zusammen zu mixen hier also ein einfach mal vergessen neue kultur bulgarien italien italien man kann ich auf italienisch nicht also von der italienischen geschichte da fällt jetzt nichts mehr zu einem deswegen haben wir ja auch die kultur jetzt wieder geändert auf deutschland herzlich willkommen in deutschland ich weiß nur dass süd südtirol also sprich dolomiten eine sehr schöne gegend ist ziemlich ziemlich bergig ja ist das jetzt in rom oder was nein 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 die dolomiten sind ja wozen und so die ecke da ja noch nie im endeffekt ist das ja unter österreich unter österreich ja sag ich doch also hinter die berge von den sieben zwergen wir haben ihn sprachlos gemacht das österreich ist zum beispiel auch ein sehr schönes land ja das stimmt wohl so lange wie man die berge mag berge mag weil es ist halt ziemlich bergig ja das wäre die sieben berge mag also und ich würde mal so sagen in österreich sind auch viele tunnels und die tunnels sie sind so teilweise so lang ja ja lecker kaiserschmarrn das wäre dann nochmal wie das schön ist ah schön auf der alm kaiserschmarrn essen lecker dann kriegst du das ist im prinzip ist das ähm ähm wie eierplinze so eine art genau so eine art eierkuchen ist das ist aber ähm ja es ist äh mit äh mit äh äh ja wie soll man das jetzt beschreiben ja kann man schlecht beschreiben äh das gibt es auch äh mittlerweile als fertig gerichte schmeckt nicht ganz so gut aber schmeckt mhm also sprich wenn du mal lust darauf hast äh und dein papa kann ein bisschen was mit aus mit fertig gericht anfangen das nächste mal papa bist kannst du ja mal danach sagen können das willst du mal probieren ach papa soll ich dir was sagen ich bin schon diese Woche sogar bei dir aber aber da müsstest du wahrscheinlich aufpassen weil es ist auch eine süßspeise ja ne dann machen wir es doch mal nur weil du hast ja nämlich äh puderzucker drauf auf diesem zeug das kannst du ja weglassen das kannst du ja weglassen das puderzucker ja aber dann schmeckt es ja nicht mehr so nachdem das ist richtig aber auch aber selbst der teig ist ja schon süß ja das ist wohl wahr so gemeint weißt du ich hab jetzt nur auf den teig ähm das ähm ich meine äh ähm essen kann er es ja trotzdem so ist es ja nicht er darf bloß halt nicht so viel essen also mein opa hat ja die gleiche krankheit wie 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 dein sohn immer wie du Marcel das kenne ich mich auch da ein bisschen mit aus weil ich mich damit ein bisschen auseinandergesetzt habe und äh der isst auch mal süßes da muss er sich halt mehr spritzen insoliden mhm er hat er hat es damals immer geliebt mein opa geht immer in den unterzucker rein wenn er mit problemen kriegt damit eigentlich nie in überzucker sondern immer in unterzucker und da hat es dann mal gefreut dass er mal ohne zu spritzen sich was süßes gönnen darf naja gut das hat er hat ja mal so nochmal auch dazu wenn er ähm anderes äh das andere problem kriegt wenn er viel 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 arbeit leisten muss natürlich natürlich mein opa und es war zu der zeit noch wo mein opa weil mein eltern viel auf im garten gemacht hat und da kann man sich halt überschätzen richtig ganz schnell meine er hat aufgehört mit 75 oder so oder mit 78 aktiv was im garten zu machen jeden tag ich ziehe mal noch einen hut vor ihm und er spritzt auch schon seit 45 jahren insoliden na gut das wird bei mir so noch mal ein bisschen länger werden ja aber man muss dazu sagen zu ddr zeiten war das noch nicht so weit wie jetzt das ganze ich weiß ich kenne das du wirst es nicht glauben ich habe ich kenne das schon äh da war das noch so dass du die ähm ein äh äh einmal gespritzen hattest mhm und hast ein flechchen gehabt und musstest dir alles zusammenrechnen was du spritzen kannst und musstest dir das dann da aus dieser flechchen raus gezogen mhm ja also und musstest dir das die 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 luft und das alles noch äh äh raus machen eigentlich solche schätze also ich genau das äh das ist schon so und dann kam ja da pennen auf genau wo du das ja nur dann wo du nur so drehen tust was ja mal so nochmal auch gemacht hat mein opa hat er hat am anfang gesagt wir kommen immer in den oberschenkel rein das macht er jetzt seit mittlerweile seit die wende ist nicht mehr ja mal sondern man hat das ja im bauch und da hat das auch früher schon reingekriegt ja genau so ist es ja auch so ist so macht mein opa mittlerweile auch wirst du ddr zeiten hieß es bei seinen arzt wo er richtig in den beinen rein ich weiß ja nicht ob das darf da vielleicht schon andere ärzte noch anders vorgegangen ist aber ähm ne ne das das war früh das war bei uns in der zeit auch so das stimmt da hatte meine mutter das auch so gemacht und meine mutter hat ja auch das doch als äh gehabt ich muss ja und wird ja mittlerweile auch eine pumpe ne das da das hat mein mein opa nicht hoch ne die krankheit sollte man schon nicht auf den auf die auf die auf die leichte schulter nehmen aber man kann damit trotzdem gut leben wenn man wenn man es wenn man es damit vernünftig umgeht richtig was ich als kid manchmal gerannt bin nach einer banane oder sonst etwas süßes weil ich gesehen habe das opa zu tun hatte mit seinem unterzucker oder Especially was glaube ich was glaube ich und ich kenne es leider ich habe auch leider in der familie auch ein negativ beispiel in sachen sogar nicht viel ernst genommen na ja vielleicht hat er noch in been na ja das ist das andere problem was da passiert ja ja das ist wenn man die ärzte sagen das haben immer gesagt hören sie bitte auf mit ihren alkoholgetränken jeden tag und das schadet sie nur mein onkel wollte mich hören na ja dann ist es so und hat und hat kaffee sich gegönnt ohne zu spritzen jetzt hat er die jetzt hat leider was die kritik das ist natürlich das negativ von einem genau ich glaube mal da muss man tierisch mit aufpassen ich glaube das wird das weiß man sei das warst du auch schon mal oder marcel wer ist komisch unterwegs ich habe nicht komisch unterwegs ich glaube das müsstest du ja auch wissen passt ja in dem sinn jetzt mittlerweile ja auch schon von der sache her muss man sie ja auch mal sagen also er kann das relativ relativ gut ja du und von daher fand ich finde ich dass es ja man muss nicht mehr so toll hinterher sein bei ihm was früher wo er noch rumgestoltert ist naja jetzt ist es was ganz anderes öfters mal noch hinterher musstest wir hatten wir hatten ihn in der in der grundschule da war doch diabetes der muss sich auch spritzen und ja zu mittag waren die eltern ja nicht da und die lehrer auch nicht immer daran gedacht dass er dass er spritzen muss haben wir als 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 mit schüler gedacht sandro hast du dich gespritzt wir haben jedes mal nachgefragt ob der sich gespritzt hat weil wir auch wollten dass es ihm gut geht ja und ich glaube mal das hätte irgendwo bei dir irgendwo gefehlt da muss da war es immer so da musste man seine mutter nämlich hin musste das machen was eigentlich da passieren hätte müssen er hat sich ja schon mit also ich bin ich habe ihn in der dritten klasse oder vierten das kennengelernt weil ich da erst in seine schule gekommen bin die schule da hat da hat er schon alleine das gemacht wir haben ihn nur immer erinnert daran dass das ein jahr nicht vergisst naja egal anderes thema welche behaupten oder ja ist halt leidig da ganz froh kennen wir leider keils mehr was hast du so außer außer zocken noch für hobbys marcel den papa auf den nerven gehen unter anderem ich sag doch Ich will Papa überoffen Nerven gehen. Ach ja. Sind wir heute mal wieder lustig. Ja, nicht? Find ich auch. Na, Schule war schon genug witzig. Aber nein, ich hab keine Beziehung. Nein, du doch nicht. Vor allem wenn du das sagen tust, ne? Da haben sie sich doch alle wieder krank gelacht. Nein. Nein, haben nur Bauchschmerzen bekommen, ne? Also, naja, auf mein Zeugnis stand ich ja drauf. Also im Grinsen hab ich nur eins. Quatsch machen bestimmt auch. Ähm... Warte ich mal nicht. Doch, das müsstest du bestimmt von deinem Vater gehabt haben dann. Und der macht dir auch so gerne Quatsch. Ich mach keinen Quatsch. Nein. Ja. Nein. Überhaupt nicht. Du bist der bravste Mensch der Welt. Ich bin ganz lieb. Ich bin immer noch ganz lieb. Und wer es glaubt wird selig. Ich bin immer lieb. Ich bin das liebste von der Welt. Hm. Ja. Wie gesagt, wer es glaubt wird selig. Amen. Na. Bleib in der Schwur. Oh, der... Wer hat mir denn da das... Oh, nein. Das muss ich rückwärts haben. Ach ja. Ach nee. Ach ja. Poppy ist schuld. Hat mir aber Flicker gegriffen. Der Poppy ist schuld. Ja, ja. Mh, kauf dir das komische Elektroauto. Ich werde es jetzt keinen Namen nennen, wegen Werbung. Aber ich denke, man sollte es wissen, ne? Mh, nö. Ist so ein komisches Auto mit dem Namen Anfangsbuchstabe T und hat Und geht weiter mit Esla. Ja. Und hat ein Steuerpilot. Ah, ja. Eine Insel. Mit zwei Bergen. Und zwei Kirchenbeugner. Ja, also, ne? Pause machen ist jetzt hier nicht, also. Nicht? Ne. Genau. Wir acker hier hart und du stehst rum, oder was, du fahle Sau? Ich bin keine Sau. Ich hab's schon in deinem Gedächtnis gesehen. Du hast grad schon so gedacht, hm. Hm. Klapp ich jetzt meine Liga auf und leg mich da hin. Aber selbstverständlich mach ich die Liga auf. Wahrscheinlich. Aber was denkst du denn? Leg ich die Füße ab, dann ist es auf den Boden. Wie bei Tom und Jerry, oder wie? Das kriegt er deutlich geregelt, der Junge. Unglaub. Nein. Was schaffst du nicht? Ich hab's doch gar keine Säge. Ich weiß gar nicht, wie die Säge funktioniert. Naja, aber... So gar nicht einfach. Er weiß aber, wie du einen Feierabend machst, oder? Ähm. Das ist nicht. Nein. Ist auch manchmal gut so. Ähm, ich weiß nur, dass du angeblich, wenn du irgendwie zwei Steine aneinander reiben tust, oder so, dass du dann vielleicht Feuer stehen könntest, oder so. Oder wenn du dann halt... Ach, keine Ahnung. Ich sag ja, Mann gut so. Sonst wäre da bestimmt ab und zu mal wirklich so was, äh... angekokelt gewesen. Meinst du? Ja, genau. Mh, nein. Also, also das Blödeste, was mir mal passiert ist, sag ich dir so, wie es ist. Mh, in der Schule haben ich und meinen, ähm, Freund, ne, mit nem, ähm, Schwamm in der Küche rumhergeschmissen, ne. Oder vergesse ich, äh, vergesse ich niemals, ne. Aber wir haben dafür auch kein... Auf der Herbst hatte gekommen. Nein, 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 pass auf, mein Lehrer hat nen Fisch gekocht, ne. Ein Fisch, der blub blub macht, oder was? Und, ähm, naja, ähm, wir haben uns so doof hingestellt, ähm, dass, ähm, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer war denn da, ich glaube, er hat den Schwamm geworfen und er ist vorher ne Bratwanne geflogen, weil mein Lehrer, der stand da auch noch und hat nen Fisch gekocht. Ah ja, da gab's Schwammfisch. Ja, aber wir konnten ihn so schnell da wieder rausruhen, dass es keinen Herder gab. Äh, Poppy? Hm? Zeit! Ja? Renn! Renn, renn! Renn, fau ist, lauf! Lauf, fau ist, lauf! So, aber... Die Glocken von Rom haben geläufelt, also. Nicht der Schiefe-Turm von Pisa? Stimmung! Was? Schiefe-Turm von Pisa? Nee. Gut, dann... Äh, Fahren verloren. Fies Lachen. Äh, wir verabschieden uns für heute. Hoffentlich sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und lasst ein Abo da, lasst ein Däubchen da. Und, äh, Kommi. wir sagen tschüss tschüss